über immer die Grundfaktoren ja auch über Soßen Erfrisch gerade noch ein bisschen Soßenpulver von gestern jetzt hast du Werbung für Knurr gemacht du hast grad Knurr gesagt du hast bildlich gesagt guck mal ist das nicht so gut da ja nur nicht nur nicht da hat er gesagt der Röder der Röderer aber auch die Pro er hat ja die Lärmung und zu machen dann ist ein da hat er gehört die Grundlage eines Lieders Prozent Prozent unterhalten und und dort ist gut Er war hier, ich war halt mit dem Kopf hier Die Dose ist lecker Ich war hier, er war da Komm mit dem Kopf näher ran, hat er gesagt So, ja, so wäre ich das eigentlich auch ganz gemütlich Was ist in seinem Kopf noch? Naja, okay Ähm, wie gesagt, es tut mir bzw. ihm leid Also bzw. Naja, weil das ist ja mir ein Fehler Weil du willst, wie es davon aussieht? Pulverhaft Niedlich, oder? Und das schmeckt lecker Nein, Tim! Nicht an die Eier? Ja, jetzt hast du ja ge... Boah, deine Schuld Du kriegst keinen Löffel, du hast scheiß Finger Kann ich mal das Pappenlöffel bauen? Du bist jetzt nicht Du musst das nicht Was sagst du, Fräulein? Du darfst keinen Kehlen Nein So, worüber habe ich gerade geredet? Ah ja, Entschuldigung Wie gesagt, es tut mir leid Vergiss das Dass das Video vom Kochen das noch nicht gekommen ist Es hat scheiße geschmeckt Von meiner Seite aus Und die hat sie auch gemerkt Ach gut Ja, die Soße Uff, warte Na, ich muss ja real, wie rum Du bist nicht schön Lass es mal bitte so Okay Danke Ich müsste mal hier eine Einrichtung einbinden Immer wenn du Quatsch machst Irgendwie so ein Seil runter, das sich aufhängt Und das wird wirklich Das Seil kommt dann von hier und dann Haben wir eine Leiche hier Kannst du das nicht nach dem Video machen? Also, wir wissen gerade nicht, worüber wir reden sollen Entschuldigung, haben wir uns jetzt schon draußen gemacht Der Pudding war scheiße Der war gut, aber er war flüssig Du bist flüssig, mein Spruz-Pruz Dein Kopf ist auch flüssig Und in dein Kopf ist Spruz-Pruz Ich stelle das auch auf Facebook Spruz-Pruz Übrigens, wir haben kein Facebook mehr Ich habe Facebook gekauft Und auch was hingelegt Nee, nee Schon wieder? Ich habe mein Internet gelöscht Man kann das Internet doch nicht lösen Zeig dir mal wie Ich kann das doch mal nie wiederholen Doch, Mann Ich kann das nicht lösen Da Da Nee, 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 nee Also, es geht Also, geh mal auf den Papierkorb Ich muss mal ein Video machen, wo zählen, dass ich die ganze Zeit nur so scheiße frisst Was frisst du da? Was frisst du? Ja, ihr müsst das doch erraten Nein, du musst das erraten Die wissen das doch Oh, gut Du belängst das ein Dann holst du mich Deine älteste Stadt Dann gehst du doch aus Nee, aber mach das einfach, du Ich verbinde die Augen Pass doch wieder nicht Mula, hast du noch Geld? Mula Mula Ja Hatte mal Geld Ja Krieg dich mal welche Nein Warum nicht? Warum? Was? Hast du das gehört? Soll ich hier wieder auf das Lego verpassen? Ja, ich komme Soll ich das Lego verpassen? Nein Ich komme jetzt runter Nein Ich komme jetzt Nein Die妳entige schlafen Ja Ja Komm wiederher Niel Meine Mutter haben jin었다 Awww Er hat sich gepflogen Ich bin tot Ich bin tot Dann komm wieder hoch Ich bin tot KSW 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 Wollte mal ein Kuss zu geben? Ich will kacken Geh kacken Ein Toter muss kacken So sag den Leuten ja was ordentliches Gut, die sagt mir hat noch ordentlich, dann sag ich euch nicht mal wie so es schmeckt Wir haben übrigens für uns Fischringe gegessen Kannst einfach sagen, wie wir das gemacht haben Fischringe sind Ring aus Füße wir haben nicht genau das haben wir in der Ringform gemacht das haben wir dann planiert und halt und dann hat er die Pfanne wieder getan nicht lange, so lange bis es braun so schmetzt ja ich weiß warum aber hat er lange hier hier ich sag ihm was ordentliches heute wieder zu sagen wo er hat und wo wir sind Not ratet dein Lund steht da, ich muss zuhören ratet nicht Airport Kratet jetzt entscheide jetzt die tue ist auch langwendig hä, was die tue ist auch langwendig ne, im Ernst jetzt hmm 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 No. No. Bob. Vielen Dank. Ja, ich weiß nicht, wie es geht. Ja. Ja. Ich weiß nicht, wie es geht. Ich glaube, dass ein schönes... Ach ja, ich hab ja kein Sohn, oder? Oh, guck mal, da kommt die Schulter-Zucker! Okay, dass das andere jetzt nicht versuchst, weil du kein schönes Normaler geschickt hast, ja, und die Wellen rausliegt und hat kein Wort, nur reagiert! Ja, ich möchte nicht! Nein, lass' mir keiner sehen! Oh, wisst ihr was, Kinder? Heute haben wir einen ganz besonderen Gast, der mir beim Unterrichten zusieht! Vergrüßt bitte meine Mama, es ist mehr! Tschüss! Vergrüßt euch wieder, okay? Tschüss!